Mein Name ist Laura, ich bin bei CW im Controlling tätig, das ist der Bereich Finanzen und Controlling. Jetzt bin ich seit ungefähr drei Jahren bei CW und mit meiner Kollegin Isabel betreue ich den Bereich Monatsabschluss, Jahresabschluss, Planung und Reporting. CW bietet auf jeden Fall viele verschiedene Benefits und Vorteile für die Mitarbeiter. Ganz konkret fällt mir da das Mitarbeiterfahrrad ein, also das Bike Leasing. Da habe ich jetzt mein Fahrrad vor zwei Wochen bekommen und jetzt macht die tägliche Fahrzeugarbeit doch ein bisschen mehr Spaß. Aber es gibt noch weitere Vorteile wie Mitarbeiteraktien, aber auch zahlreiche Mitarbeitervergünstigungen, sei es für eigene Produkte oder aber auch für andere Online-Geschäfte. Ich schätze an Oldenburg die gute Mischung zwischen größerer Stadt und doch irgendwie heimeligen Dorf. Das heißt, Oldenburg ist nicht zu groß, aber es ist auch nicht zu klein. Das heißt, alles was man irgendwie braucht, alles worauf man in seiner Freizeit eventuell Lust hat, das haben wir alles hier in Oldenburg, aber gleichzeitig hat es irgendwie noch den Charme von einer kleinen gemütlichen Stadt.